So Leute, was geht ab? Euer Ansari am Start und willkommen wieder zurück auf der Mit-Youtuber-Insel. Und wenn ihr das Projekt genauso verarbeitet wie ich, lasst ein Like da, Abonniert für mehr Freunde. Ich wollte dafür sagen, wir fangen direkt an. Wir sind gerade bei Blaytip sein Haus Ja, wir sind gerade bei Blaytip sein Haus. Ich habe irgendwie jetzt kurz Dings bekommen. Also Mike fragt gerade nicht aktiviert, aber jetzt geht es auch wieder. Wir sind gerade bei Blaytip sein Haus. Und ja, heute wollte ich ein bisschen die Stadt reparieren, weil ihr seht euch mal die Stadt so bis an, also generell ein bisschen reparieren hier auf der Insel. Man schaut euch mal an, wie die Stadt aussieht. Ich meine, das Haus hier, die Straßen, alles kaputt. Unsere Post ist auch komplett kaputt. Die haben die gerade noch vor ein paar Tagen noch aufgebaut. Wirklich so frisch. Ist jetzt 6, kommen wieder kaputt. Ist wirklich so nervig. Weil wir es damit leben wollen. Ich meine, wir sind ja, eigentlich haben wir ein bisschen Stress jetzt mit Schneekriegern und so. Und das kann man ja auch vorstellen, die werden jetzt auch auf Stadt und so gehen. Ich weiß auch nie so feiern. Aber ich weiß auch nicht, ob die auf Stadt gehen werden. Ja, also sieht der Fall aus. Juju ist gerade auch an, aber der ist auf K. Ich dachte mir heute, ich werde vielleicht ein bisschen die Stadt reparieren und ein Geschenk für die Blutskrieger machen. Ihr habt sich gehört, weil die Burgs ja auch komplett gesprengt. Das war ja ich halt selber nicht. Und ja, ich dachte mir einfach, ich werde den Geschenk machen, der das nicht überlebt. Weil die Burgs wurde auch ein bisschen kaputt gemacht und so. Ich dachte mir einfach, ich werde die einfach verlieren. Ich meine, wenn ich jetzt schon keiner auf dem Reel misst und so. Dann können wir einfach das machen. Und er hat auch Bock mal, dass die Burg mal wieder repariert wird, ne? Ich würde sagen, ich habe jetzt noch Steam-Stück, also Steam-Rockets. Ja. Die ganzen Mops, bro. Der Zockrat mit seinen Freunden auf jeden Fall Brawl Stars. Ähm. Ja. Zockrat Brawl Stars gerade. Außer K. Eigentlich könnte ich ihn jetzt angreifen. Aber ist ja Blutkrieger, mach's natürlich nicht. So. Leider kann ich gar nicht vordergedroppt. Nicht schlimm, aber es ist noch einer. Der hat gedroppt. 15 Stück. Ja, ich wollte auch mal Blinderung noch auf mein Schwert klatschen. Und ja, ich würde sagen, wenn wir schon jetzt hier sind, komm, wir gehen jetzt los. Oder nee, warte. Immer sehr viel Fahrt, bro. Ich habe allerdings gedroppt. Ich dachte, wenn der jetzt nicht droppt, dann lass es komplett aus. Ähm. Ja, okay. Bis Nix-P kann man ja auch farm. Geht ja, Filtern ist schon noch das. Ich glaube, wie habe ich den jetzt verkackt? Das war ein bisschen feinlich. Junge. Diese Phantome, die nerven so hart. So. So, dann ist noch ein Creeper Damien noch mit. Und dann gehen wir wirklich los. Aber wir müssen die Nacht auch ein bisschen ausnutzen. Wir müssen auch ein bisschen Gangpowder farm. Weil dafür ist ja die Nacht da. Wir müssen die auch ausnutzen. Nicht Decks skippen oder ein bisschen quasi ignorieren. So, allein schon XP vorne sammeln. Ist eigentlich auch geil. So. Ich lasse hier auch Level 19. Das geht so schnell. Das ist geistkrank. Ich habe irgendwie auch Bock, ein bisschen mit Schild zu spielen. So, ich spiele jetzt ein bisschen mit Schild. Oh, Creeper. Dank, mein Gangpowder, Bruder. Dank, mein Gangpowder, Bruder. Oh, Kina ist gejoint. Wait, der könnte eigentlich beide Dings sein, bei der Burg. Warte, der könnte eigentlich auch Re-Dots sein, ne. Jetzt mal, ich mache es ja schon. Warte, hin gehen. Zack, zack. sich hier wirklich hier sein ja die Burg wurde sogar ein bisschen noch repariert, aber ne Bro, oh mein Gott Junge, die wurde ja komplett auseinandergenommen Junge Junge, was ja da seht ihr auf jeden Fall die Burg, die ist wirklich ähm, komplett kaputt, komm Kohl ok, also ich würde sagen, ich gehe Kohl mit Jojo wahrscheinlich könnt ihr den nicht hören wegen der PS Aufnahme, also ich könnte ihn wahrscheinlich nicht hören, aber ich kann dafür hören ich würde sagen, gehen Kohl was geht was geht ja Bruder, ich bin gerade bei der Burg, die hat die Brüder komplett auseinandergenommen ja, geht auch Kohlper fahren, wo ich sie repariere, hier sind die Burg nicht so, als kleines Brüdergeschenk dafür, dass sie gestern komplett durchgedreht sind, du weißt ja ich weiß nicht, der hat irgendwie, glaube ich, die Insel gequittet oder so, oder hat sich irgendwie Blutkrieg aufgelassen habt ihr auch gehört ich weiß nicht, vielleicht könnte das sogar Vorks gewesen sein aber das ist eigentlich auch sinnlos, wenn er das machen würde, weil der war ja Blutkrieger und so, warum soll er dann sprengen ja, also ich weiß, ich glaube schon seit zwei Wochen ich war bei der Gamebase no shit ach, Zimmer meinst du, so für die ja, aber du, du hast, du meinst ja, dass du irgendwie, jetzt nicht so aktiv spielen wirst und so, die haben wahrscheinlich dann irgendwie deine Dings gemacht bau die doch einfach rein, du bist ja auch Mitglied nee, was ja, geh du mal Dings, Creeper fahren, du fahr'n bisschen Gunpowder, du weißt ja und ich würde mich dann um die Burg kümmern hey was ist? hey ey hey aber wir müssen auch generell drin bisschen mehr Dings aufbauen, so weil das sieht den leer aus, ja, aber ich würde mich dafür kümmern auch generell so ein bisschen ähm paar Akzente und so mache also ein bisschen so Deko muss auch sein, ne dass die Burg auch besser aussieht. Aber dafür, wie gesagt, kümmern. Wir müssen halt wirklich re-talk so richtig viel Gunpowder fahren, Bro. Falls sie auch bei uns sprengt, dann können wir auch bei denen sprengen, dass wir irgendwas herausfinden. Boah. Boah. Oh. Ja, du mit Aim. Ich, äh, Nahkampf? Vielleicht, aber ich weiß nicht, Bro. Wir haben halt krass ein Staff, muss man sagen. Nee, Bro. Wenn er jetzt schon gequitt ist, Bro. Man kann ja nicht vertrauen, Bro. Bei unserem Clan geht es ja meistens um Vertrauen und so. Wir sind ja, wir alle zusammen, Bro. Und wenn jetzt einer... Ich weiß nicht, Bro. Der meinte, ich verlasse jetzt und so. Dann hat er auch den Blutgeradget verlassen. Du hast ja auch Discord. Ja. Bleib jetzt noch ein bisschen auf K. Sponsor für die Creeper. Ich muss jetzt nieder. Ich will jetzt auch ein bisschen Dings fahren. Ich muss jetzt auch sehr viel Blöcke fahren. Ob sie die Burg noch partieren können. Ich versuche sie noch ein bisschen sogar, äh, Dings, ähm, aufzubauen. Und so. Nicht nur zu reparieren, sondern weiterzubauen. Repariert jetzt. Boah, es gibt so einen geilen Glitch, Digga. Oh mein Gott, man. So schnell. Bro, du kannst ja... Wenn es regnet, Bro. Und du hast ja Dreizack, ne? Aber du kannst mit Dreizack fliegen, oder? Ja. Und Bro, schau dir das an. Wenn du eine Elytra noch im Winter hast. Du kannst auch mit Dreizack fliegen und Elytra anhaben. Und Digga, du bist einfach in der Luft. Ist zu geil. Aber du fliegst... Nee. Das ist so P, Bro. Das ist so geil, das bockt richtig. Geil, ist, geht, ist geil. Ja, chill einfach ein bisschen, äh, jetzt dort bei den Halls. Also, äh, steh einfach dort und sparte einfach ein bisschen. Vielleicht geht's. Das klappt safe, man. Schau dir vor, Vox hat sie kaputt gemacht. Das wird keine Kriegersmus bauen. Das ist aber jetzt auch wirklich... Gottlos. Er hat ja das für uns aufgebaut und für ihn. Aber wenn er das jetzt extra kaputt machen will, dann ist er schon... Gottlos, wirklich. Das klingt auch ja nicht. Ja, meine Community ist auch zu krass, muss man sagen. Deine natürlich auch, aber... Meine ist einfach... Die alle zusammen, Bro. Die andere klasse Community. Aber egal, wo du das sagst, Freunde, check mal auch JuDrop. Unbedingt, also wirklich. Er macht auch voll die geilen Videos, feier ich. Und ja, check ihn ab. Abonniert ihn. Und lasst bei ihm einen fetten Like da und schaut ihm mal den Tag vorbei. Oder halt, ja, aktiv vorbei. Er droppt auch richtig geile Videos. Und dann... Bro, Kilian will jetzt was von mir. Was soll ich halt? Schau mal, Chat. Er meinte, warte, ich lese vor. Enza, du wolltest doch gestern, dass ich alleine zu dir komme. Aber Vox war, glaube ich, da. Kannst ja jetzt auch kommen. Bin alleine. Hat er geschrieben. Ich hab geschrieben, ja reden. Safe, safe. Also, ob der alleine kommt. Okay, alleine hätte ich safe ne Chance gesehen. Okay, dann. Aber wenn er jetzt mit Jungen dort ist und ich alleine bin, dann ist es schwierig. Aber ich bin gut ausgerüstet. Ich hab zwei Stärk-Getränke, drei OP-Gaps und 31-Gaps. Und schalte meinen ganzen PPPs ab. Ich hab's gar noch einen Ersatzhelm, Freund. Also, der ist fluggezaubert. Können wir eigentlich auch im Etat nehmen, falls es wirklich zum Kampf kommt. Weil Händen geht ja am schnellsten kaputt. Und dann können wir einfach austauschen so, wenn ich pfeif bin. Bin gerade mit Jojo. Was denn? Fügt du die mal zu, Bruder, lad mich ein im Call. Weil ich rede jetzt gerade über Mikrofon. Ist jetzt gar nicht gut, Digga. So. So. Zack. Okay, dann ladet mich, glaub ich, ein, Freunde. Ich lass kurz. Zack. Ähm. Ja, vielleicht würde ich sagen, ich fahre mir jetzt erstmal ein bisschen dieses Dings, Snedrack. Dann schmelzen wir das. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir bereit sind, die Burg zu reparieren. Ich hab irgendwie auch Bock drauf, mal was zu reparieren. Weil es ist ja durch den Krieg kaputt gegangen. Es ist schon krass, wenn's durch den Krieg kaputt geht. Weil dann hast du irgendwie... Dann ist halt die Burg einfach mächtig. Also steht hier? Das heißt mächtig. Weil dann hat halt die Burg eine Historie, weil die im Krieg war. Und gefühlt kaputt gemacht wurde. Und dann repariert wurde. Das hat ja eine Historie von Geschichte. Eine Historie etwas. Eine Geschichte. Und ich bin eigentlich auch stolz drauf, dass wir die Burg weiterhin so beschützen und wehren und so. Und das ist ja eigentlich ganz normal. Also das sollte man auch machen. Weil Burg direkt aufgeben ist jetzt auch wirklich keine Option. Das macht man ja auch nicht. Du hast ja die Burg mit Liebe gebaut, mit alles. Du kannst ja nicht direkt aufgeben wegen einem Krieg. Also Brody wird safe locker noch ein paar Kriege. Repariert und so. Und generell... Ich hoffe, die wird halt einfach nicht mehr gesprengt. Das ist das Ding. Wenn ich sie jetzt repariere und die nochmal gesprengt wird, dann... Klar, Freunde. Dann nervt mich das natürlich mit der Zeit. Aber ich hätte sie trotzdem nicht aufgeben. So. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass die Jungs da über drei mitsprengen. Das ist natürlich auch komplett gottlos. Ich bin ja fast runtergefallen. Oh mein Gott. Unser Tor. Warte, ich würde sagen, ich kann ein bisschen jetzt mit ihnen. Ähm... Ja, ich mache das kleine Karte und bis gleich. Die Burg. Wir haben jetzt ein paar Blöcke noch. Ich würde sagen, wir können jetzt anfangen schon mal die Burg zu reparieren. Hier zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, was das hier sein soll. Ich sehe nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das muss repariert werden. Ich weiß nicht, was ich noch schön zu machen. Das sieht schon mal besser aus. Hier wurde auch ein bisschen sogar zu viel mit Blöcken gearbeitet. Das ist hier weg. Sieht nicht gut aus. Das muss repariert werden hier. Können wir uns gleich aber erstmal schauen. Wenn ich hier zum Beispiel bei den Ecken... Es gibt so hässliche Stellen, nenne ich das mal. Die wir das fixieren müssen. Das sieht einfach nicht gut aus. Das muss natürlich gut aussehen. So. Jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Wir haben hier ein paar Blöcke. Das können wir eigentlich einfach kleinen Steps machen. Da haben wir sogar viel mehr davon. Hier haben wir noch ein bisschen die Blöcke, die am Schmerz sind. Wie war das hier schon wieder? Okay, das war es so. So, warte. Das war ich hier so. Zack. Okay, da haben wir einigermaßen jetzt... Ja, die Stelle, die eigentlich so war. Das muss auch alles mit Glas ausgefüllt werden. Das sieht auch nicht gut aus. Genauso wie hier hinten. Boah. Jetzt muss man auch alles beleuchten. Das ist eigentlich am wichtigsten. Jetzt muss ich mal alles ausbeleuchten. So. Ich packe hier die Chest. Ähm, na, na, na. Warte, warte, warte. Wir brauchen Kohle. Und Sticks. Kann ich gleich fahren. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Gang. Was eigentlich ganz nice ist. Jetzt möchte ich hier den Block mehr abbauen. Das müssen wir irgendwann auch hier alles kaputt machen. Das sieht einfach nicht gut aus. Das muss man einfach mal sagen. So. Ich habe Axt. Okay. So. 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 Ja, hier vorne ist schon ein bisschen Kohle, das ist ganz nice. Wir hatten sogar einen Tarplatz, das ist sehr nice. Wir sagen einfach mal ein Stack, was wir dann auch ein bisschen vorrätig haben. Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Kohleblöcke gefüllt sind. Wir hatten ja so viele 4-Stacks Kohleblöcke oder so. Wir haben extra noch für Vorrat gefarmt. Aber wenn wir es nicht haben, ist nicht schlimm. Ich fand, da haben wir ja eh Kohle und so. Klappt schon. Ja, okay, wir gehen jetzt wieder back. Let's go. Boah, die Burg sieht so geil aus. Schau, in die Kommentare findest du die Burg von 1 bis 10, die ist ja nicht mal fertig, so richtig. Ist ja so zu 50% fertig, also die Hälfte. Müssen wir auch sogar noch machen, beziehungsweise aufbauen. Müssen wir erst mal parieren, dann erst aufbauen. Das war so kein Sinn, wenn wir wegzaubern. Aufbauen. Hier vorne mit Obby wurde ich auch irgendwas gemacht, was ich gar nicht cool finde. Weg damit. Das wollte ich jetzt nicht probieren. Das war jetzt so. Oder? Keine Ahnung, wie macht das noch mal weg? Ja. So, okay, okay. Das sind sogar noch geil. Das sieht irgendwie geil aus. Also die Verbindung und so, die willst du dann einfach sogar noch besser bauen. Aber das sieht auch gut aus, bin ich ehrlich. So. Jetzt mag ich hier alles schön zumachen, bro. Ist alles offen, lecker, oh mein Gott. Das weg damit. So, das wird jetzt schon repariert. Das können wir ja später machen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt reparieren. Was wollte ich machen? Fackeln machen, ne? Warte, ich mach es einfach mal. Ich übertreibe jetzt ein bisschen mit Fackeln. So, einfach mal übertreiben. Kann man ja auch. So, okay, okay, okay. Ein Stack einfach. Kann ich mal nicht hier ein Stack bei meinen Schalker packen. Und die Stöcke eigentlich auch. Die Stacks auch. So. Hey. Broker, was mach ich denn hier? So. Ähm. Ja, wir bauen jetzt erstmal weiter. Gut, gut, wir müssen erstmal den Anfang hier machen. Oder ne, warte, wir müssen erstmal ausbeleuchten, stimmt. Also beleuchten komplett. Dass es gleich Nacht wird und dann nicht alles irgendwie dunkel ist. Bam. 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 Hier bisschen. Da und da. 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 Da und hier ist ganz wichtig, hier drin fallen wirklich sehr, sehr wichtig. Zack, zack, bei den Ecken so ein bisschen. Genauso fallen hier fallen, oh mein Gott, es fallen so viele Monster. So, sollte reichen. Geil. Ähm. Dorthin, glaub ich, gibt's auch so'n Raum, oder? Nee, noch nicht. Gut, da haben wir schon mal ein bisschen Ausgleich drin. Drin, für drin erstmal, oder hier kann man auch. Ist ja auch alles kaputt, Digga, das müsst ihr alles wieder aufbauen von drin. Das war ja mal schon aufgebaut, aber irgendwie sind die Zimmer, die stehen nicht mehr. Hier schon, aber an der anderen Seite noch nicht. Ich glaube, das wurde nicht mal aufgebaut. Ist hier, wo das ja aufgebaut, stimmt. War nicht hier so bewacht, das ist eigentlich voll geil, ne? Weil hier war ich noch nie hier oben, wirklich, no shit. Boah, das ist schon geil. Ist ja einfach ein bisschen geiler bauen, aber hat's ja auch so'ne geile Aussicht, ne? Ist schon sehr nice. Okay, okay, okay. What Germany, oh. Okay, wir sind noch draußen beleuchtet, weil es jetzt gleich Abend. Das ist gar nicht nice. Zack, 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 zack. Gut, ich würde sagen, ich mach' kleinen Kapp, bis das alles fertig ist. Und das hat so lange gedauert, wirklich. Ähm, es hat locker eine halbe Stunde gedauert, bis ich jetzt kommt, ich fertig geworden bin. Ich hab' das so vorgestellt, vielleicht so 15 Minuten oder so, aber 30 Minuten einfach. Ist krank. Aber wir sind jetzt gut vorangekommen. Wir haben hier den Gang ein bisschen verschönert, sogar ein bisschen noch aufgebaut. Also das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Dann haben wir hier alles noch durch die Erde ersetzt, also die Teile, die mit Kappels und so waren, da haben wir hier hinten noch ein bisschen weiter gebaut. Haben hier alles ausgeleuchtet. Und, ähm, ja, dann habe ich hier noch die Redstone-Blöcke noch fixiert und so alles mögliche. Und hier vorne, das Wichtigste, natürlich haben wir das wieder ganz normal gemacht, wie es beim letzten Zustand war. Das war halt sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, Freunde, ähm, es war wirklich ein bisschen Arbeit, aber das nehme ich natürlich für den Blutkrieg auf. Und, äh, ich würde sagen, lass ein fetten Like da, abonniere den Kanal für mehr Menschen und bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Äh, in Sade. Peace.